Feststimmungen gab es am Wochenende bei der Freiwilligen Feuerwehr Hirschfelds. Wir feiern heute hier das 85-jährige Bestehen der Ortsfeuerwehr Hirschfeld und machen gleichzeitig Technik, Schau- und Traktortreffen zusammen. Neben dem eigenen Fuhrpark konnten viele historische und aktuelle Feuerwehrfahrzeuge bestaunt werden. Hier konnte sich auch die Jugendfeuerwehr ein Bild machen, mit welcher Technik sie in der Zukunft Brände bekämpfen und Hilfe leisten. Im Rahmen der Festlichkeiten traten die Jüngsten zu einem Wettkampf an. Neben den kulinarischen Genüssen und einem zünftigen Bier konnte man gleich neben der Feuerwehrausstellung zahlreiche historische Traktoren bestaunen. Für viele neu, dass auch eine bekannte Sportwagenfirma Traktoren baute. Liebevoll wurden viele der Kraftprotze der vergangenen Tage restauriert. Selbst ein komplettes Siegewerk war mit dabei. Mit Töv Töv bewiesen die Traktoren-Opas, dass sie immer noch interessante Schauobjekte für Jung und Alt waren und nicht zum alten Eisen gehören. Natürlich durfte auch der in jeder DDR-LPG vorhandene ZT300 nicht fehlen. Mancherorts leistet er als Allrad- oder Straßenversion noch heute seine Dienste. Vielen Dank. Vielen Dank.